Herzlich willkommen zur Podcast-Folge 403 unseres Podcasts Erfolgreich glücklich sein. Hier sind Christina und Walter und wir freuen uns auf eine gemeinsame Folge mit dir über das Thema Wie kann ich mit herausfordernden Situationen in meinem Leben umgehen? Und es haben viele, viele Zuhörerfragen genau zu diesen Themen gerade erreicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen für all diese Menschen eine hoffentlich allumfassende Folge zu genau diesen Themen, denn letzten Endes sind unsere Herausforderungen gar nicht mal so dermaßen unterschiedlich. Und genau darauf wollen wir heute eingehen. Ja, letztendlich ist das Ganze eine Beschreibung der liegenden Acht, weil wir mit unserer Methode natürlich all das abholen können. Und es geht auf so ein paar Grundprinzipien zurück, nämlich wir beginnen mit der liegenden Acht immer mit dem Jetzt. Das heißt, wenn dich jetzt gerade etwas triggert, dann ist da was in deinem Leben, das etwas mit dir zu tun hat. Das ist das Erste und das Wichtigste, was viele ja erstmal überhaupt nicht wollen oder glauben, weil alle finden doch die Chefin blöd oder alle finden doch diesen einen Kollegen nervig. Und dennoch triggert er dich. Oder diese eine spezifische Situation in deinem Leben triggert dich. Also ist das Erste erstmal, das Bewusstsein zu schaffen, irgendetwas zeigt sich in meinem Leben, dass etwas mit mir zu tun hat, weil ich extrem darauf reagiere. Was dich trifft, betrifft dich. Und dass wir uns vorstellen können, dass da draußen im Leben wie so eine Art Spiegel existiert, dass das, was ich dort erlebe und was mich sehr bewegt oder triggert oder traurig macht, dass es etwas mit mir zu tun hat und mit meiner Struktur, mit meinem Wahrnehmen der Welt durch die Brille, die ich aufhabe. Ja, und wir wollen ja auch gerne persönlich werden und vielleicht auch so ein bisschen von den Herausforderungen erzählen, die wir im Moment so haben, denn wir sind ja immer kräftiger Missionieren und wir haben uns hier für unseren zweiten Wohnort gewünscht, dass wir ein etwas größeres Häuschen haben, vielleicht auch, wo wir getrennt auch mal arbeiten können, ohne dass der eine immer dann sehr stark Rücksicht nehmen muss auf den anderen, weil wir haben hier nur einen Raum und das ist dann manchmal doch ein bisschen schwierig. Dann darf der andere immer für anderthalb Stunden ganz, ganz ruhig sein, ein Mäuschen sein und das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Und also haben wir uns das visioniert und da Walter ja schon lange, lange Jahre hier auf Fuerteventura gelebt hat, haben wir uns entschieden, uns hier eben wieder in die Richtung zu orientieren, wo er sich immer am liebsten aufgehalten hat, nämlich an einem wunderschönen Strand hier im Süden Fuerteventuras. Und wir haben ein Haus gesehen, das uns sehr gut gefallen hat und wir haben da kräftig für visioniert und alle, die in unserer Ausbildung sind, wissen, wie das funktioniert, wie wir uns ausrichten, wie du dich auch ausrichten kannst, wenn du dir etwas wirklich, wirklich wünschst, was eben entsprechend manchmal nur deshalb noch nicht im Leben ist, weil wir noch limitierende Gedanken dazu haben, alte Glaubenssätze, vielleicht auch übernommene Regeln und Dinge in uns, die uns das einfach noch verbieten oder nicht möglich machen oder uns selbst im Weg stehen. Und genau das schauen wir uns an, auch in unserer Methode der liegenden Acht, lösen diese Erfolgsverhinderer und Blockaden und gehen dann weiter. Und wir haben das kräftig für uns visioniert und auch ein Häuschen gefunden an diesem wunderschönen Strand, wo es nur zehn Häuser insgesamt gibt, wo auch keine weiteren mehr gebaut werden dürfen. Und für uns hatte das wieder von den Werten her so ein Gefühl von Ruhe, Frieden, Angekommensein, wirklich auch in einer Umgebung zu sein, die Walter sehr angereichert hat mit schönen Erlebnissen und die auch für mich so ein gutes, angenehmes Gefühl geben, weil das auch Häuser sind, die sich selbst versorgen. Also man dort wirklich allein mit Solarenergie sich quasi selbst versorgt und aber auch das Wasser so bekommt, dass man einfach auch ein bisschen bewusster damit umgehen darf, nur weil es sehr limitiert ist. Also es gibt da eben sehr moderne und gute Möglichkeiten, das Ganze auch etwas umweltfreundlicher zu handhaben. Und darauf habe ich mich auch gefreut, natürlich an so einem schönen Platz zu sein, sehr viele Möglichkeiten mit Lilly spazieren zu gehen, aber auch schön zu arbeiten, für euch neuen Content aufzubereiten. Wir werden einen eigenen Raum dafür haben, haben wir uns gedacht, wo wir Videos aufnehmen. Also alles war so richtig toll. Und als dieses Haus dann tatsächlich auch zu uns kam, und das ist nicht so einfach, kann man sich vorstellen, wenn es dort eben nur zehn Häuser gibt, war das wirklich eine richtig tolle Sache. Und wir haben uns riesig gefreut. So, und dann kam die Herausforderung, die oftmals bei Visionen auftaucht. Etwas, was sich gefühlt in den Weg stellt und wo man sich denkt, warum jetzt bitte das? Das muss doch wirklich nicht sein. Vielleicht können wir nochmal kurz vorher sagen, was wir genau visioniert haben. Wir machen das immer so, dass wir uns dann so ein Blatt Papier nehmen oder das iPad und alles draufschreiben, welche Eigenschaften, welche Werte sollen erfüllt sein an diesem Ort. Es geht also nicht nur um ein Haus, das wir unbedingt dort haben wollten, sondern wir haben eben auch die Werte von Sicherheit und Geborgenheit da drin gehabt. Und genau diese Werte wurden plötzlich erschüttert, weil in einem ungefähr 50 bis 80 Meter entfernten Haus Ocupas eingezogen sind. Ocupas sind Hausbesetzer, die in Spanien durch ein ganz spezielles Gesetz sehr geschützt sind. Das muss man nicht verstehen, weil die nutzen nicht nur die Besitzer der leerstehenden Häuser aus, sondern auch den Staat dann. Und es ist wirklich eine ein bisschen schwierige Situation in diesem Gesetz. Fakt ist, dass sie jetzt direkt nebendran wohnen, dass es, ich sage mal, sehr krasse Leute sind, die sehr laut sind, die sehr aggressiv sind, die genau das Gegenteil von unserer Vision symbolisieren. Und ja, da haben wir uns natürlich schon gefragt, wieso sind die jetzt da? Warum kommen die jetzt in unser Leben? Und das ist genau das, was wir vorhin mit Spiegel gemeint haben. Das heißt, jetzt nicht ins Hadam kommen und bei den Menschen hängen bleiben und warum sind die so und die sollen abhauen und ich will die nicht haben und ich finde die scheiße oder wie auch immer, sondern wirklich mal zu spüren, okay, warum sind die in meinem Leben? Weil die sind ja nicht in deinem Leben, die sind ja in unserem Leben. Und plötzlich taucht da was auf in unserem Leben, das dieses Thema Sicherheit und Geborgenheit torpediert. Und ich finde, du solltest vielleicht sogar noch, oder ich möchte das gerne machen, ich möchte dir noch so ein bisschen mehr schildern, was das für Menschen sind. Das sind Menschen, die wirklich sehr rabiat, um nicht zu sagen brachial, ein für sie völlig fremdes Haus komplett einnehmen. Menschen, die also dieses Haus wirklich von A bis Z bewohnen, die dann auch dort ihren Grill aufstellen, ihre Partys feiern und das Möbiliar des eigentlichen Eigentümers, das, was also im Haus war, einfach zersägen und verbrennen. Sehr laute Leute, die jetzt zu neun dort eben wirklich das komplette Haus und den kompletten Grund dort eingenommen haben. Und man kann dazu sagen, es ist von den zehn Häusern das mit dem größten Grundstück, eines der allerschönsten Häuser dort, wirklich in der exponiertesten Lage an diesem Strand, also genau wirklich so das Haus, das sich sicherlich dort jeder wünschen würde. Und die Eigentümer dieses Hauses sind ja ein bisschen eigen, denn sie lassen niemanden wirklich an sich rankommen. Sie kommen aber auch nicht zum Haus hin. Das Haus steht also wirklich auch schon lange leer. Keiner kann es kaufen, weil sie irgendwie noch nicht wirklich bereit waren, dann auch den ultimativen Preis für sich aufzurufen, der sicherlich auch sehr, sehr hoch sein wird. Und da ist eben auch die Frage, ist der legitimiert so hoch, weil das Haus eben auch schon so ein bisschen am Verfallen ist. Aber diese Menschen sind auf dieses Grundstück einfach rumsti-wumsti draufgegangen, haben das alles eingenommen, haben da drei Hunde, drei sehr große Hunde, auch bellende, laute Hunde und sie selber sind auch sehr, sehr laut und brachial hingesetzt und daneben sie jetzt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen und vielleicht wirst du das auch nachher finden können, war für mich bisher etwas, was ich gar nicht für möglich gehalten hätte. Und ich hätte auch nicht für möglich gehalten, dass sowas rechtlich möglich ist. Dass so ein Verhalten kaum sanktioniert werden kann und extrem lange dauern kann, bis diese Menschen dann da auch wieder weggehen müssen. Also dass es da eigentlich niemanden gibt, der quasi für Recht und Ordnung sorgt. Das war für mich also wirklich nicht zu fassen, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt ist natürlich die Gefahr, dass man genau an dem Punkt hängen bleibt. Und dass das nicht richtig ist, dass die anderen sich kümmern sollten. Warum hat Spanien so ein seltsames Gesetz mit Hausbesetzern? Und das kann doch nicht wahr sein. Und genauso reagiert die gesamte Mannachbarschaft. Und dennoch sind sie auch in unserer Nachbarschaft. Ja, man kann ja sagen, sie sind alle in Angst und Schrecken, ne? Ja, und sie sind auch direkt neben uns. Also, und da liegt oftmals auch vielleicht bei dir in deinem Leben die große Herausforderung, dass du eben dich löst von den Argumenten, die dein Inneres, dein Ego sagt. Ja, aber das darf so nicht sein. Ja, aber die sind falsch. Ich bin richtig. Und das ist so schwer. Es ist so schwer auch für uns manchmal dann zu sagen, okay, die sind aber da. Die sind da. Das ist ein Fakt. Und jetzt kann ich hadern und mit der Realität hadern und sagen, die Realität soll aber nicht so sein. Wird aber nichts bringen. Ja, und ich kann ganz ehrlich dazu erzählen, weil das natürlich ein Prozess war. Und an dem wollen wir dich sehr, sehr gerne teilhaben lassen, weil du da hoffentlich auch für dich vielleicht das ein oder andere mitnehmen kannst. Also, diese ganzen Schritte in diesem Prozess zu durchlaufen, ist völlig okay. Also, es war auch für uns erst mal so ein Moment von Fassungslosigkeit. Und natürlich auch von dem Gefühl, dass es jetzt ungerecht ist, dass das so nicht sein dürfte. Das war alles da und auch so ein Verdruss und meine Reaktion war dann tatsächlich auch so wie immer. Und vielleicht kannst du noch mal kurz deine Reaktion überprüfen, wie die so gewesen wäre, dass ich dann lieber mich zurückziehe, flüchte, das Haus aufgebe und sage, nee, dann will ich da gar nicht wohnen, weil sie wirklich unsere jetzt unmittelbaren direkten Nachbarn sind. Und ich möchte nicht solche Nachbarn haben. Ich möchte nicht mit solchen Menschen was zu tun haben. Das war so meine erste Reaktion. Und da auch noch mal so für dich zu schauen, welche Fluchtreaktion oder Angriffsreaktion oder Erstauungsreaktion hast du denn? Denn natürlich kommt man erst einmal in solchen Momenten vielleicht in so eine Art Überlebensmodus und reagiert auf die immer alte gleiche Art und Weise. So, nachdem diese Bälle durchgelaufen war, haben wir natürlich schon auch angefangen, uns zu hinterfragen, wie Walter schon gesagt hat, warum ist das jetzt also in unserem Leben? Was will uns das zeigen? Und genau da wird es interessant, wenn du gerade etwas herausforderndes erlebst, dass du schaust, was will mir das jetzt gerade zeigen? Warum ist das in mein Leben gekommen? Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass es im Leben eine gewisse Balance gibt. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, wie wir versuchen, in der Welt zu sein. Und jeder, der uns so kennt, der weiß es auch, wir bemühen uns natürlich, einen möglichst großen Mehrwert zu liefern, etwas für die Menschen zu geben, für andere da zu sein, uns dabei so achtsam wie möglich zu verhalten, es gut zu machen und entsprechend uns auch an Regeln zu halten, die so da sind. Also sprich, diese Menschen, die mir da vorgesetzt wurden, leben etwas, was ich mir niemals herausnehmen würde. Ich würde mich lieber, so wie wir es gemacht haben, sehr, sehr dafür anstrengen und alles dafür tun, damit ich mir ein solches Häuschen abzahlen kann, leisten kann. Ich würde vieles dafür tun, dass ich das bekomme. Ich würde es dann hegen und pflegen und mich auch in der Nachbarschaft früh genug vorstellen, mich da anpassen. Ja, immer eben auch versuchen, alles gut zu machen. Und das genau machen sie in keinster Weise. Es ist ihnen nämlich total egal. Während wir die eine Seite dieses Bootes sind, von dem wir immer berichten, auch in unserer Ausbildung, es gibt immer zwei Seiten. Und die eine Seite ist halt eben die, sehr verständnisvoll und ordentlich und sich zu benehmen und alles gut zu machen. Und die andere Seite ist wie die Axt im Walde, die Dinge einzunehmen, sich das zu nehmen, wonach einem ist, sei es jetzt recht oder unrecht, sei dahingestellt. Man nimmt sich einfach satt das, wonach einem ist. Und das haben diese Menschen sehr, sehr gut gemacht. Das können sie sehr gut. Und was zeigt es uns vielleicht, dass wir das in diesem Moment noch nicht so gut können. Also das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt auch in so eine Richtung gehen von Unrecht tun. Aber dass man so für sich schauen kann, welche Eigenschaften leben diese Menschen, die ich noch nicht liebe. Was ist es, was ich da sehe im Außen, was ich mir nicht erlaube? Wo habe ich da vielleicht tatsächlich auch noch eine Art von Defizit in mir? Ja, und jetzt würde der eine oder der andere von euch sagen, ja, aber das will ich ja gar nicht. Ich will doch gar kein Ausbesitzer sein. Ich will nicht aggressiv sein. Ich will nicht irgendwelche Sachen, die mir nicht gehören, einnehmen. Ja, das ist auch okay. Es geht um Polarität, um Schwarz und Weiß. Aber es gibt ganz viele Farbtöne dazwischen. Und ich glaube, dass in der Mitte des ganzen Blumenstrauß die Wahrheit liegt. Und es gibt also ganz oft in deinem Leben vielleicht auch Menschen, die dich triggern, wo du sagst, das geht ja gar nicht. Und da kannst du dir ja kurz mal überlegen, was geht gar nicht? Zum Beispiel radikale Menschen, vielleicht politisch anders denkende Menschen, vielleicht laute Menschen, dominierende Menschen. Und wenn du dir mal so überlegst, was für dich gar nicht geht, dann kannst du dich auch mal fragen, okay, wo bist du auch so? Oder wo willst du zum Beispiel auf gar keinen Fall so sein? Das heißt also, du rutschst auf die andere Seite der Polarität und sagst, ich bin weiß, da drüben ist schwarz und das ist falsch. Aber die Mitte ist die Wahrheit. Und es geht nicht darum, dass du Aggressivität auslebst, sondern dass du überlegst, wenn es das Thema Aggressivität ist, das dich nervt, wie lebst du denn Aggressivität? Und das haben wir uns natürlich auch gefragt. Und das ist ein uraltes Thema von mir. Also wenn ich da mal bei mir hinschaue, dann habe ich das früher extrem mich von Aggressivität getrennt. Und ich habe mir über viele, viele Jahre auch diese Wut und diese Kraft zurückgearbeitet. Und es scheint dann noch eine nächste Stufe zu sein, wo es darum geht, vielleicht noch eine andere Nuance, die ich bisher noch nicht so wirklich angeschaut habe. Wo es einfach nochmal eine Etage tiefer geht, weil das Leben nicht nur so ganz einfach ist, sondern manchmal sehr komplex. Und so haben wir beide natürlich sehr unterschiedliche Themen in derselben Situation und haben eine Chance jetzt hier für uns tiefer zu gehen, was wir auch getan haben. Und wir sind in völlig unterschiedlichen Bereichen gelandet. Und völlig unterschiedliche Themen, wo wir gemerkt haben, dass diese Kraft, die wir in uns abgelehnt haben, aufgrund von etwas, was wir erlebt haben. Zum Beispiel habe ich früher erfahren, dass Wut bedeutet, dass man nicht mehr geliebt wird. So, das war mir längst bekannt, ganz oft aufgearbeitet und wirklich integriert. So, jetzt kommen neue Themen dazu, die eben eine Schattierung dieses Themas haben. Und ich glaube, es geht im ganzen Leben darum, mehr und mehr ganz zu werden, wenn man das so möchte. Also die gesamte Palette zu integrieren und dann bewusst zu überlegen, was möchte ich leben? Weil kein, ich werde niemals ein Haus besetzen und ich werde auch nicht anderen irgendwas wegnehmen. Nein, das ist für mich, für meine Werte einfach nicht korrekt. Aber es gibt Situationen, wo ich wohl sehr wohl klar zu mir stehen kann, auch diese Energie von Kraft und auch von dieser Wutkraft noch einmal anders in mir wahrnehmen kann und auch leben kann, ohne irgendjemand zu schaden. Und da sind die Nuancen, die kannst du dir vielleicht in deinem Thema auch einmal überlegen, wenn du einen Spiegel im Außen hast, der sich als sehr laut oder dominant oder eben auf irgendeine Art, die dich trägt, sagt, was ist da für mich drin? Warum ist das in meinem Leben? Und welches Thema liegt da für mich darin? Und das hat uns wirklich sehr, sehr weitergeholfen und so ist es eigentlich mit jedem Thema, das wir bisher in unserem Leben hatten, dass wir drei Jahre später, wenn man zurückschaut, sagt, Mensch, eigentlich war das wirklich, egal wie blöd es war, aber wirklich ein gutes Lernfeld. Wir konnten uns da weiterentwickeln, wir konnten noch selbstehrlicher sein und da ist die Krux bei ganz vielen, dass man dann sagt, okay, das will ich nicht sehen in mir, das will ich einfach nicht sehen und so will ich auch nicht sein und ich möchte es lieber projizieren auf andere. Ja, aber das Leben ist da erbarmungslos oder emotionslos, sage ich immer, dass das Leben einfach sich nicht drum schert, sondern es einfach sagt, was du in dieser Polarität abschneidest und sagst, das bin ich nicht, das muss es dir zeigen und es ist dabei völlig emotionslos. Ja, gut, kein Problem. Wenn du es nicht bewusst sehen willst, dann siehst du es eben im Außen oder womöglich im Körper. Auch da kann sich Wut, Aggression zeigen, auch da kann alles Mögliche zutage treten, was man sehr wohl auch mit einem Sein in der Welt in Verbindung bringen kann. Und ja, deswegen sind wir sind weiter dran. Wir haben uns da intensiv mit beschäftigt mit diesem Thema und plötzlich kommt Bewegung auf und wir wissen noch nicht, wie das Ganze ausgeht, heißt, wie lange diese Hausbesitzer dann im Nachbarhaus sind und wir sind dennoch wieder freudiger jetzt in diesem Haus. Aber du hast sicher auch noch einen Background in dem Thema. Oh ja, definitiv. Also mich hat das, glaube ich, wirklich nochmal in Tiefe, Tiefen herangeführt an Dinge, die ich in mir per se abgelehnt habe. Und vielleicht kennst du das auch, dass du lieber so ein guter Mensch sein magst, dass du dich mit diesen hellen Seiten in dir sehr gut auseinandersetzen kannst und die nimmst du auch an. Aber dann gibt es vielleicht auch in dir so Teile, die du nicht so gerne magst, zum Beispiel Neid, Missgunst oder auch das Gefühl, ja, vielleicht auch manchmal gierig zu sein. Also eben all diese Schattenanteile, die einige von uns ja nicht so gerne mögen. Und ich gehöre dazu. Ich mag diese Schattenteile auch nicht so und habe immer mich darum bemüht, die in so einem Frieden zu halten, also in einem guten Ausgleich zu halten und möglichst eher immer mehr auf der, ich nenne es, Haben-Seite zu Hause zu sein und auf der, ich sage mal, hellen Seite. So, natürlich ist aber da, wo viel Licht ist, auch ganz, ganz viel Dunkel in jedem von uns. Und so weiß ich um meine Seiten, die nicht so toll sind. Ich kann also auch ganz schön, wenn ich mit Mädels zusammen bin, auch mal ablästern. Das liebe ich. Ich liebe solche Klatsch- und Tratsch-Serien oder Sendungen, die gucke ich mir gerne an und bin da so richtig, ja, kann mich da so richtig reinsinken lassen. Und merke dann aber auch, oh, das ist aber nicht so gut. Und ich habe jede Menge Aggression auch in mir, die ich aber versuche immer zu beherrschen, zu kontrollieren ein Stückchen weit. Und ich komme natürlich auch aus einer Kindheit, weshalb es gute Gründe dafür gibt, es so zu machen, weil meine Mutter eben sehr aggressiv war, sehr jähzornig, unkontrollierbar, willkürlich reagiert hat. Ich wusste nie, was als nächstes passiert. Es war immer Gefahr da. Es war immer sehr laut und sehr aggressiv. Und so habe ich mich natürlich dazu entschieden, so nicht sein zu wollen. Und obwohl auch das durch viele Sitzungen, durch eine gute Entwicklung zu mir selbst sehr in den Frieden kam, musste dieses Thema jetzt tatsächlich auch bei mir nochmal aufkommen, weil ich immer noch nicht bereit war, mich in aller Konsequenz auch mit diesen Seiten, die wohl jeder Mensch in sich trägt und die sich ja gerade auch wieder deutlich zeigen. Und da ist eben auch die Frage, sehe ich das wie so nichts mit mir zu tun haben, das Feld von da ist Krieg, hier ist Krieg, hier sind Menschen nicht gut zueinander, hier sind sie unmenschlich und ich bin auf der anderen Seite? Oder sehe ich die Zusammenhänge, dass eben das, was im Außen geschieht, im Weltgeschehen sich gerade zeigt, definitiv irgendwie auch etwas mit mir selbst zu tun haben muss? Und davon bin ich überzeugt, weil wir alle in diesem kollektiven Feld gemeinsam sind. Sich da also rauszunehmen und zu sagen, es hat nichts mit mir zu tun, ich bin ganz anders, ich würde so niemals sein, kann vielleicht nicht in jeder Konsequenz stimmen. Möglicherweise ist schon auch ein Anteil in uns, der angetickert würde, wenn es um unser Leben ginge, wenn es um unser Land ginge, wenn es ja um irgendetwas ginge, was uns wirklich sehr, sehr wichtig wäre. Vielleicht würden wir dann auch irgendwie zu Taten schreiten, die nicht gut sind oder aber wir sind im Krieg in uns selbst, mit uns jeweils. Und das Thema haben wir schon oft angesprochen, wenn wir also irgendetwas in uns selbst noch nicht befriedet haben, dann kann sich das zeigen in Form von Krankheiten oder aber auch in Form von Konflikten im Außen. Und hier dürfen wir dann nochmal ganz achtsam hinschauen. Und dieser Konflikt im Außen mit diesen aggressiven Menschen, die direkt neben mir plötzlich wohnen sollen, der hat mich dazu geführt, wirklich nochmal zu schauen, wo ist diese Aggression auch in mir? Und ich hatte vor zwei Jahren, das hat die Community auch mitbekommen von uns, plötzlich einen Hautkrebs entwickelt, genau zu der Zeit, als auch der Ukraine-Krieg losging. Und ich glaube, ich habe das entwickelt, weil ich eben nicht im Frieden mit dieser Seite in jedem Menschen und auch in mir bin. Ich möchte diese Seite nicht haben. Ich möchte nicht, dass wir Menschen so sind, weder ich noch andere. Und ich glaube aber, dass es zum Menschsein dazugehört. Und in dieser Polarität vollends anzukommen und das zu akzeptieren, dass das das Menschsein scheinbar auch ist, fiel mir bisher sehr, sehr schwer. Und ich habe dann wahrscheinlich immer wie so eine Art Selbstzerstörungsknopf aktiviert, um mich aus diesem Leben zu verabschieden, damit ich mich nicht ganz auf das Menschsein einlassen muss. Also ein Stück weit so, okay, wenn das nicht nach meinen Regeln funktioniert und ich quasi nur gut sein kann, dann möchte ich lieber gar nicht hier sein. Und das ist sicher etwas, was sich entwickelt hat aus diesen ersten paar Jahren meiner Entwicklung, wo ich das Böse im Menschen sehr, sehr intensiv erlebt habe, in Form meiner Mutter und auch anderen Menschen. Und mich dann entschieden habe, okay, ich entscheide mich nur für diese helle Seite, aber die Dunkle lehne ich ab und doch ist die Dunkle in mir, sonst würden wir nicht solche Krankheiten wie Krebs auch entwickeln. Ich glaube fest daran, dass sich da auf diese Art und Weise auch eine Aggression zeigt, die einfach menschlich ist, die da ist, die zu uns gehört, die aber nicht irgendwie nach außen gehen darf, nicht gelebt werden darf und die sich dann nach uns oder gegen uns selbst richtet. Also ein Okupa in mir. Ja, und du hattest früher ja auch nicht den sicheren Ort. Das heißt, das, was sich da gerade zeigt, ist ja auch eine Rehenszenierung deiner gesamten Kindheit und Jugend, wo du nie deinen sicheren Platz hattest. Das hast du ja auch gesagt. Und ich glaube, das sind also so ein vielschichtiger Spiegel, der sich da plötzlich zeigt und er ist nicht einfach so da, sondern davon sind wir fest und überzeugt, er zeigt sich, weil unsere Seele wachsen will. Und wenn du dich auf diesen Weg machst und sagst, ich möchte wachsen, ich möchte mich weiterentwickeln, ja, dann kommen Spiegel und dann gilt es, diese Spiegel zu erkennen. Und deswegen wäre es natürlich toll, du könntest jetzt auch mal reflektieren und schauen, okay, was passiert denn da? Was ist da in meinem Leben? Und genauso funktioniert die liegende Acht. Wir schauen, was ist da jetzt gerade? Und dann schauen wir, was ist eigentlich wirklich los? Okay, das Haus wurde besetzt und was ist wirklich los? Ich fühle mich nicht mehr sicher. Ich fühle mich sicher, ich fühle mich nicht sicher. Ich fühle mich bedroht. So, das ist der Quellkonflikt von dieser Situation. Da draußen sind die Hausbesetzer und das Thema ist eigentlich fehlende Sicherheit und Aggressivität. So, wie gehe ich jetzt mit diesen beiden Themen um? Könntest du dich auch fragen, okay, welches Thema ist es bei mir? Was ist wirklich los? Und dann gehen wir in unsere Methode, in die Vergangenheit und schauen, okay, woher kenne ich das? Warum tun wir das? Weil wir ja nur deswegen auf diese Situationen so intensiv reagieren, weil wir die Vergangenheit hatten, die wir hatten. Christina auf ihre Weise, ich auf meine Weise. Ich mit dem Thema der Wut und Aggression und ich geliebt werden. Und Christina vielleicht auch alles, was sie erzählt hat, aber eben auch das Thema mit dem sicheren Ort. Auch mit der Ungerechtigkeit. Auch mit der Ungerechtigkeit. Das ist ja ungerecht. Ja, oder eben der aggressiven Mutter. So, und dann verstehen wir im Kontext, ah, deswegen reagiere ich jetzt gerade so, weil ich das erlebt habe. Und das ist ganz wichtig, um es zu integrieren. Und dann dürfen wir natürlich auch die emotionale Energie, die wir immer weggedrückt haben, weil das wollten wir sicher nicht nochmal fühlen. Okay, jetzt dürfen wir uns mit diesen Emotionen auseinandersetzen. Warum? Weil diese Energie blockiert im Körper sitzt. Und es braucht jetzt die Zuwendung hin zu dieser Emotion. Und in unserer Methode geht es um das loslassende Fühlen. Wir fühlen loslassend heißt, wir lassen das Gefühl wirklich da sein, auch wenn es ein unangenehmes Gefühl ist, wie zum Beispiel Wut, Angst, Ohnmacht, Schuld, Scham. Und entspannen uns während dem Fühlen. Es ist sozusagen ein Fühlen von unangenehmen Gefühlen, in dem wir durch tiefes Atmen und körperliche Entspannung wirklich in unserem Körper fühlbar machen. Weil normalerweise ist die Reaktion, Oh, anspannen und wegdrücken. Weil es uns einfach früher, und da warst du ja auch noch sehr klein, einfach sehr viel Angst gemacht hat. Und so ist das loslassende Fühlen ein ganz wichtiger Bestandteil der liegenden Acht. Und wenn wir da durchgegangen sind, auch diesem Kind nochmal begegnet sind, das das erlebt hat, heißt also auch wieder diese Situation ins Bewusstsein geholt haben, um es zu integrieren, um diese Situation zu integrieren. Dann gehen wir in die Zukunftsschleife der liegenden Acht und schauen, okay, wer möchte ich in der Situation, so wie sie ist, eigentlich wirklich sein? Und was kann ich aus dieser Situation lernen? Wie kann ich den neuen Walter oder die neue Christina leben in der Situation? So, und da geht es dann in die Vision, in der wir uns wirklich überlegen, okay, welche Werte darf ich da noch mehr integrieren? Wie zum Beispiel die Aggressivität und zwar als Kraft, nicht ausagierend. Auch diese Fragen kommen dann immer wieder, aber ich will doch nicht wütend sein. Nein, es geht darum, diese Kraft in der Wut, in dein Leben zu lassen und damit kannst du zu dir stehen, du kannst nach vorne gehen, du kannst wirklich Dinge auf den Weg bringen, du kannst kraftvoll visionieren. Es gibt wunderbare Möglichkeiten, Kraft einzusetzen. Und in diesem Moment… Kraft in Form von Lebensenergie, ne? Es ist keine wütende, bösartige, schädliche Energie, es ist im Grunde genommen nur eine Lebensenergie. Und die drücken viele von uns weg, weil sie sie verknüpft haben mit etwas Negativen. Tatsächlich ist sie das aber nicht. Diese Kraft ist wichtig, um zu existieren, um zu, ja, gesund auch zu sein. Sie ist eine ganz, ganz wesentliche Kraft, die wir oftmals zu so einem Rinnensaal verkommen lassen, nur weil wir vielleicht negative Erfahrungen damit gemacht haben. Ja, oder weil wir die Kraft nutzen, um diese Kraft nicht hochkommen zu lassen, nämlich um die Wut zu kontrollieren, um die Angst zu kontrollieren. Und alles tun im Leben, Schlangenlinien zu laufen, bloß nicht getriggert zu werden, dass bloß keiner meinem Knopf, den ich selber habe entstehen lassen, drückt. Also genau darum geht es, diese Kraft zu entfesseln, um dein Potenzial auch wieder freier werden zu lassen. Und je mehr du auch deine Werte und deine Eigenschaften, die du leben willst, visionierst, in Form von dir vorstellst, als wärst schon da, wirklich hineinzugehen und eine andere, ein neues Ich zu kreieren, wie Dr. Joe Dispenza sagt, Dann kann eine neue Realität auf dich zukommen, ein neuer Spiegel sich zeigen, neue Möglichkeiten entstehen, dass du diese Kraft anders nutzt. Heißt nicht, diese perfekte Situation fällt dann in deine Komfortzone hinein. Nein, es werden Aufgaben auf dich zukommen, es werden Möglichkeiten auf dich zukommen und du wirst diesem alten Gespenst vielleicht nochmal begegnen dürfen. Und auch das passiert uns jetzt die letzten Tage immer wieder, dass dort Möglichkeiten kommen, anders zu reagieren. Auch die eigene Angst zu überwinden und zu wachsen. Und genau das bedeutet die liegende Acht, nämlich es ist wie so eine Art immer wiederkehrende Vergangenheitszukunft im Jetzt zu leben. Und immer wieder neu sich auszurichten, immer wieder zu erkennen, ach guck mal, das Leben zeigt mir wieder den nächsten Spiegel. Und das ist sehr, sehr zuverlässig, dass das Leben dir diese Spiegel zeigt. Ja, und es geht letzten Endes immer um Integration. Integration von Anteilen, die in uns noch wach werden in den Momenten, wo wir uns getriggert fühlen. Anteile, die dann meist jünger sind als wir, die an einem gewissen Entwicklungsstand auch stehen geblieben sind. Es geht um alte Verhaltensweisen, die dadurch aktiviert werden, die wir dann eben auch wieder nochmal reflektieren und wieder integrieren dürfen. Es geht immer darum, noch mehr zu integrieren und noch mehr dahinter zu blicken, wenn du das möchtest, warum gerade etwas da ist, was da ist. Anstatt automatisiert vielleicht in alte Muster und auch in das Opfer zu fallen, dass wir damals wirklich waren. Jetzt aber wieder ein Stückchen weit rauszutreten und uns die Situation mit einem liebevollen Scheinwerfer achtsam nochmal genauer anzuschauen und zu erkennen, wo für uns da die Geschenke drin liegen. Und Geschenke liegen in jeder Situation, sei sie noch so schlimm. Und wenn wir hier das auch von dieser Seite aus betrachten, dann können wir diese Geschenke entdecken und dann können wir konstruktiv mit einer solchen Situation umgehen. Und das bedeutet für mich jetzt, dass ich als nächstes oder bereits getan eine ganz wichtige Entscheidung getroffen habe, nämlich alles das, was ich nicht integrieren wollte bisher, all diese Schattenseiten in mir wirklich zutiefst anzunehmen und mich dabei zu beobachten, wo ich auch so bin. Und das ist etwas, was man nicht so gerne möchte, wenn man sich beobachtet und dann vielleicht feststellt, wow, ich kann durchaus auch mal laut sein, ich kann durchaus auch mal rumpelig sein und grenzüberschreiten. Also auch da nochmal mit so einem liebevollen Auge auf sich zu blicken und sich zu beobachten, wo man eventuell genauso sein könnte, wenn man nicht darauf achtet oder es vielleicht sogar manchmal ist. Und wenn man es nur mit sich selbst ist, dann ist das schon mal ein Thema, wo noch mehr Heilung geschehen darf. Und es ist ganz wichtig, dass du dir immer wieder bewusst machst, es geht nicht darum, diese Seiten wirklich auszuleben, sondern Integration bedeutet nicht ausleben. Integration bedeutet, ach, das bin ich auch. Ich lehne es zwar da draußen ab, aber in mir ist auch Aggressivität. Allein das wahrzunehmen, ach so, das ist auch ein Anteil von mir und den gibt es in jedem Lebensbereich. Und ich glaube, das ist eine unserer größten Herausforderungen, zu verstehen, dass wir alles sind. Wir sind alles, weil wir aus dieser Einheit kommen. Und diese Einheit kommt hierher und teilt sie auf in Polarität. Und plötzlich sagen wir zu allem Ja oder Nein, sicher oder unsicher. Und das ist etwas, was ganz tief in uns verankert ist. Wir müssen Situationen die ganze Zeit überprüfen, sicher oder unsicher, sicher oder unsicher. Das macht unser Nervensystem, das macht unsere Amygdala im limbischen System. Es muss so sein, sonst gäbe es die Menschheit schon längst nicht mehr. Wir brauchten diese Eigenschaft, um zu überleben. So, jetzt haben wir natürlich ganz viel erlebt. Die Amygdala hat ganz viel abgespeichert und beurteilt aufgrund der Sinne, aufgrund dem, was sie wahrnimmt, all das. Und gleicht es ab mit dem, was sie erlebt hat. Sie beurteilt das, was da ist, mit dem, was war. So, und jetzt verstehst du auch, warum du anders reagierst auf Situationen als deine Nachbarin oder als deine Kollegin. Weil sie was anderes erlebt hat. Weil die Amygdala im limbischen System was anderes abgespeichert hat. Und darum geht es, zu verstehen, dass wir alles sind. Wir sind all das, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Und wenn wir das einmal akzeptiert haben, dass auch, wenn du willst, Gott alles ist. Dass Gott sich nicht aufteilt, die Gut und Böse, sondern die Einheit ist alles. Und in diesem Moment kannst du dann sagen, ja, und ich wähle diesen Weg. Aber ich habe all das auch in mir. Und wer das ablehnt, wer sagt, ich bin nur gut, ja, der verarscht sich nicht nur selbst, sondern der fördert die Negativität in sich und im Leben. Weil das Leben kann nicht anders, als zu sagen, nein, 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 du bist nicht nur gut, du weißt auch das. Und dennoch sind wir ganz tief überzeugt, dass es wichtig ist, für sich einen guten Weg zu wählen, indem man das integriert und das Licht wählt. So würde ich es auch sehen. Ja, und sich wirklich selber nochmal so zu fragen, wie sehr bin ich bereit, andersartige Menschen zu akzeptieren, in ihrem Anderssein. Und damit meine ich eben genau solche Menschen, bei denen du sagst, das geht wirklich gar nicht. Also ich bin ja schon sehr tolerant, aber das, so geht es gar nicht. Und genau da auch nochmal hinzugucken und zu sagen, okay, sie sind anders und es gibt gute Gründe dafür, dass sie das jetzt gerade wählen zu sein. Und anscheinend sind sie dennoch auch voll mit Bedürfnissen, so wie wir alle. Ich glaube, jeder, egal in was er jetzt gerade vielleicht auch sehr militant oder aggressiv oder anders als du reagiert, hat er seinen guten Grund dafür. Und es gibt eben auch hier ein verletztes Kind und es gibt auch hier sicherlich diesen Aspekt der Sicherheit, nachdem sich dieser Mensch sehnt und zeigt es sich noch so seltsam für uns oder anders. So dürfen wir doch auch hier immer wieder diesen Blick darauf werfen, dass auch dieser Mensch genauso viel wert ist wie jeder andere, dass er eben andere Dinge erlebt hat und sich deshalb gerade in diesem Moment dafür entscheidet. Denn wenn wir das nicht auch aus dieser Sicht betrachten, so glaube ich, sind wir selbst sehr stark nicht nur am Polarisieren, aber auch am Verurteilen, am Nichtakzeptieren und bringen dadurch eine Trennung zustande, die sich gerade doch auch überall auf unserer Erde sehr, sehr stark zeigt. Das heißt, wenn wir wollen, dass Trennung überwunden wird, dann dürfen wir selbst in unserem Leben, in unserem kleinen Mini-Königreich genau diese Trennungen, die wir selbst machen, überwinden. Wir dürfen genau hier diesen Weg gehen, der uns manchmal so unüberwindbar scheint, weil unser Ego da natürlich auch recht stark zupackt und sagt, nee, sorry, also da habe ich wirklich kein Verständnis. Also ich habe ja viel Verständnis, aber hier ist Schluss. Und genau an diesen Momenten, wo wir sagen, nee, 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 da dürfen wir nochmal, wenn wir das wollen, nachjustieren, weil das sicherlich etwas ist, was sich im Globalen genauso wie im Kleinen gerade zeigt. Ja, und vielleicht noch als Abschluss ein kurzes Beispiel, weil das Argument kommt auch immer, dass man sagt, ja, aber soll ich denn dann zum Beispiel in der Politik gerade nichts gegen die AfD tun, die antidemokratisch ist oder was auch immer? Oder als AfD-Anhänger sagst, soll ich denn nichts gegen die Andersdenkenden tun? Doch, warum nicht? Es geht darum, dass du sobald eine überdurchschnittliche Reaktion von ich könnte alle AfD-Leute umhauen oder da so eine Aggression, so ein Trigger hochkommt, wo du sagst, das darf auf gar keinen Fall sein, es ist aber da. Ja, dann ist da genau das Thema. Und ich glaube, dass es geht darum, es zu integrieren. Okay, ich verstehe, warum das in meinem Leben ist und ich tue was dagegen. Das ist schon genau der Weg. Und ich glaube, das sieht man ja auch im Moment, dass sehr viele Menschen auf die Straße gehen gegen dieses Antidemokratische und viele davon sehr friedlich. Einfach, weil sie Flagge zeigen. Und das ist was anderes als Bomben schmeißen. Und das sehen wir überall in der Welt, dass diese Radikalität, dass lieber der andere sterben soll oder ich sterben muss. Und so dieses Gefühl, ich muss jetzt dagegen kämpfen. Und leider sterben sehr viele Menschen aufgrund dieser krassen Auswirkungen in unserer Welt. Und deswegen, ja, verpassen wir keinen Podcast, um immer wieder zu erwähnen, dass du deinen Krieg in dir lösen kannst, anstatt immer auf die anderen zu projizieren. Und dann deinen Weg zu gehen, dein Ziel zu wählen, deinen Kompass zu justieren für das, wofür du stehst. Und dass es, ja, hoffentlich aus deinem Herzen kommt genau das, was dich glücklich macht. Und wir gehen fest davon aus, dass wir in diesen Momenten, wo wir uns unsere Träger angesehen haben und sie in uns befrieden, auch etwas Neues und anderes kreieren können. Wir sind also jetzt wieder sehr zuversichtlich, dass sich diese Okupa-Situation, ja, irgendwie doch auflösen wird. Wir werden sicherlich nicht unser Haus wieder aufgeben, so wie ich das in allerersten Momenten gedacht habe oder hätte am liebsten sofort machen wollen. Sondern wir werden darauf achten, dass wir unseren Raum weiterhin halten, ihn einnehmen, anders als das früher möglich war. Und schützen. Genau, auch hier neue Schritte zu gehen, dich mutig aus deiner Komfortzone bewegen, etwas Neues machen, denn nur wenn du etwas Neues ausprobierst, kann auch etwas Neues in dein Leben kommen. Dazu braucht es aber oftmals auch nicht nur den Mut, sondern auch die Möglichkeit, nochmal so zurückgeschaut zu haben und verstanden zu haben, warum habe ich so reagiert, wie ich reagiert habe, warum ist es in meinem Leben, wo ist der gute Grund für das, was ich gerade fühlen kann. Und aus diesem Grund war uns diese Podcast-Folge ein wichtiges Anliegen und wir danken dir wieder mal dafür, dass du ihn dir angehört hast. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn du ihn für uns likest, ihn gerne teilst, damit er auch Menschen zuteil wird, die ihn gerade vielleicht brauchen können. Je mehr gesehen und gehört wird, umso besser ist es. Und wir freuen uns, wenn du vielleicht dir die ein oder andere Masterclass von uns mal anhören möchtest. Wir werden dir eine verlinken hier im Podcast, vielleicht hast du sogar Lust, unser Coaching-Programm mitzuerleben, dass ein Programm ist, das dich einfach nur hin zu dir führt, immer tiefer dich bei dir ankommen lässt. Ein Programm, das schon mehr als 4000 Menschen wirklich in eine positive, gute Veränderung geführt hat. Wir lieben das sehr, das anzubieten, weil wir einfach wissen, wie gut dieses Programm ist. Und das kannst du einfach nur für dich machen, wenn du magst, das kannst du für dich nutzen, aber eben auch in deinem Job oder vielleicht sogar weitergeben für die Kinder oder im Verein, wofür auch immer du all dieses Wissen verwenden magst. Das ist in erster Linie für dich gedacht, sodass du immer noch ein glücklicheres und erfüllteres Sein erlebst. Und jetzt schließen wir den Podcast wie immer mit dem Satz, lass dein Licht strahlen, denn dein Licht macht diese Welt ein Stückchen heller. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Danke dir sehr.